Ich hab den Punkt. Das sind Fake-Punkte, Leon. Das sind 100% Fake-Punkte, 100%. Das sind Fake-Punkte, ja. Oben. Ja, Mann, hab den Punkt. Abbremsen. Oh, der war smooth, Digga. Du Wichser. What's up, Bill? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hotz, hotz, hotz. Und zwar mit Leon. Und zwar müssen wir jetzt hier gerade fahren. Und... Ja, das linke Auto, ähm, die linke Seite ist gut. Und die rechte Seite ist schlecht, zum Beispiel. Kann jetzt aber auch sein, kann jetzt aber auch sein, dass die rechte Seite gut ist und die linke Seite schlecht ist. Was, Leon? Es ist immer vertauscht, welches Auto das bessere ist und welches das schlechtere. Genau. Was? Also wir wissen jetzt nicht, welches Auto von denen gut ist. Alter, Digga. Guck mal, wie mein Auto aussieht. Gut, Leon, ich nimm die rechte Seite. Komm, gib mir, Digga, gib mir. Der rechte Seite. Du nimmst Link, da linke. Oh, ich weiß, ob's gut ist. Ich hab auch ein geiles Auto. Ich weiß aber nicht, ob das Gute ist, ne? Es sieht nice aus. Was hast du? Juni, Windrad hat mich ganz so. Was hast du? Hättest du nicht stehen? Bleib still, bleib stehen. Oh. Hä, wie sollst du hier mit so? Bis ist es möglich? Wie sitzen du da mit verdammten World Ride fahren? Was ist möglich? Oh mein Gott, das hab ich drangekommen bin. Oh, ne. Ne, Digga, das wird schwer. Das wird schwer. Digga, das ist so confused alles wegen diesen ganzen Windrädern. Leon, du musst unten fahren, ne? Oh. Wollte ich nur sagen. Oh, danke. Hast du genau gesagt, als ich gegengefahren bin. Okay, ihr siehst, du musst erst unten, dann oben und dann kommt ne Röhre hoch und dann kommt ein Speed. Easy, Digga. Okay, ich warte jetzt. Du darfst jetzt zuerst entscheiden, welchen Weg du nimmst, aber das war jetzt easy. Ich muss erst mal schaffen. Das ist so schlimm. Ich hab den Punkt nicht bekommen. Ich hab den Punkt nicht bekommen. Ich bin zu weit geflogen. Das war doch nicht so schwer mit dem Auto. Alter, nein, ich schaff's nicht. Doch, oh mein Gott, ich war so langsam, aber dann wieder Speed bekommen irgendwie. Bitte flieg drauf. Bitte flieg wenigstens drauf. Ich flieg wieder komplett zu weit, Digga, obwohl ich so langsam war. Das hat mich zu gut. Ah, jetzt dürfen wir uns Flugzeuge aussuchen. Echt jetzt, Flugzeuge? Oh, was ist das, Digga, der Enten, Digga. Du darfst entscheiden, ne? Ich bin dran. Ich nimm wieder links. Oh, da, was ist es, links ist das gute, ich wette. Nein, Mann, ich hab B-Elf-Strike, ich hab B-Elf-Strike. Erstmal hier, erstmal ne Runde feiern, Digga, was hast du für eins? Ha, Digga. Das ist ganz schön, Flugzeug. Ja, okay. Das ist eigentlich so schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gar nicht so schnell, äh, viel schneller als du. Ich muss ja auch nur ein Checkpoint nicht bekommen, Digga, und schon hast du mich eingeholt, so, weißt du? Ist so, wow. Ah, Jungen, bis jetzt alles gut ist gut, ne? Ja, bis jetzt hatte ich schon das Gute, okay, letztes Jahr weiter geht's. Hände mich ne Abkürzung, Digga, warum sollte ich da rechts lang, wenn ich hier, hier hin kann? Oh, aber dafür muss ich halt an die Kurve, ähm, Dings machen. Bessere, bessere Kurve noch. Verdammt, Digga, was passiert hier? Ich weiß nicht mal, wohin. Ah, ich hab jetzt entscheiden, ne? Ja. Gut, jetzt kommt hier erst mal ein Auto und dann darf ich entscheiden, was ich nehme. Digga, oh mein Gott, ich liebe dieses Auto. Ich muss es langsam machen. Oh, Panikunzel. Ja, mein Lieblingsauto, Digga. Und dann, pass auf. Oh, meine Sachen sind abgeflogen oder von, ne, von dir. Also, ich nenne das linke. Wenn das jetzt wieder das Gute ist, ne? Nein, Rampagee. Ich hab'n Bus. Ich hab'n Rampagee. Ich sag' erst mal so. Ich sag' erst mal so, nein, Rampagee, dann kommst du mit nem Bus. Oh Mann, du Armer, Digga. Das bist jetzt wieder schlechte. Muss los, Alter. Aber du bist jetzt dran beim nächsten entscheiden. Ey, was müssen wir jetzt denn hier machen? Ich krieg' doch eh wieder schlechte. Was müssen wir hier machen? Zurückfahren. Ey, ernsthaft. Ich schwöre mich nicht und ich, ich hasse diesen Bus. Du würdest mich runterrauben, ne, wenn ich du wär. Ne, weil du musst hier drauf richtig scheiße ist. Ey, Junge, Digga, dieses Teil lenkt auch nicht, ne? Chino Kurs, ich weiß nicht. Ja, Chino Kurs. Nicht, dass ich dich da wegkomme. Wenn du mich rammst, das bringt dir nichts, weil du fliebst, wirklich. Ich will mich noch nur drehen, das willst du ein. Nee, nichts. Ich stehe hier auf der Kante gefützt. Nein, mir doch nicht. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, jetzt kommt Teleporter. Oh mein Gott, ich glaub, die wollte grad sagen, die wollen uns verarschen, ne, weil ich bin direkt in so'n Auto-Ding-Teil reingeflogen dann. Okay, komm, jetzt wieder, ne, es kommt immer noch nix. Ich fahr' weiter. Ziel! Boah, die Map ging ja so schnell. Leon, hörst du mich? Oh, ich bin... Hast du schon ein Ziel? Ja, Mann, ich bin ein Ziel. Also, zu mir, haben wir noch ne Map-Gold? Oder haben wir überhaupt noch ne Map oder... oder nicht? Wir haben jetzt nur noch ne Level-Action. Ich schaff's nicht. Oh mein Gott. Ich schaff's nicht. Boah, ich bin oben gerutscht, Dicker. Boah, ich hab's nur noch geschafft. Ich dachte, ich werd's nicht schaffen. Ja, ja, genau, hier bin ich gerutscht, wegen dem Sprung. So, Leute, dann sind wir uns gleich in der nächsten Map. So, Leute, wir sind in der nächsten Map und zwar ist es jetzt eine Loser-Level-Action-Map. Let's go. Also einmal Hot on Schrott und einmal Loser-Level-Action. Okay, Leon, ich werd' dich abziehen. Let's go. Bum, 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 bum. Ich fühl, Digga, ich fühle, Digga. Let's go. Speed, 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 Speed. Mit zwei Runden, ne? Oh shit. Nein, Leon. Wie schießt man nochmal? Ah, jetzt erst. Ich weiß, wie schießt man auch. Ja, ja, ja. A3. Du kannst auch rückwärtschießen. Du kannst auch. Oh, getriggert. Ja, man, let's go. Es war jetzt gar nichts. Ja, ich werd' dich fetzen. Da ist wirklich nicht so riesig. Oh mein Gott. Das war perfekter Flip von mir gerade. Nein, ich bin zu langsam. Geh weg. Moment, man, schein besser. Tschüss. Ich hab' den Punkt nicht gekriegt. Ich auch nicht. Scheiße, ist mir jetzt aufgefallen. Hättest es nicht gesagt, ne? Leich, hallo. Frederico, oh mein Gott. Nicht witzig. Hm, hm. Ich hab' den, ich wurde gar nicht abgebremst und du? Ja, ich bin auch dran vorbei. Oh, hat er denn, hat er das wohl verkackt gerade? Ich mach's direkt fürs Schürr, ey. Ne, du sponst ja auch direkt davor und ich muss immer so schnell drauf fahren. Oh mein Gott, das kommt dann gerade dann wieder hoch, gerade wieder hoch. Puh. Ich muss mich jetzt erstmal ausrichten. Ich kann's einfach Gas geben. Ich muss jedes Mal zurückfahren. Nein. Ich muss ja auch ein bisschen bremsen, immer. Okay, ja, perfekt, hab' den Punkt. What the fuck war das, Digga? Au, das ist auch extra so gemacht. Okay, das ist so ein Abbremser. Ich fahr weiter, jetzt muss ich hier. Perfekt gerade, perfekt gerade, bisschen nach links, so, perfekt. Ich häng' mich in dem Abgangserfest. Befuglich. Weiter geht's. Ja, verkackt die Ganzen habe ich den Punkt. Komm schon, mach jetzt nicht diesen, ja komm mal, warum es von meiner so schräg? Es portbar genau davor, aber schrägge die Gertenshung, hoch, schräg ist. Ja, ich steh, Spond genau davor, aber halt schrägge ich, Digga. Die Frage ist, oh. ich heiße ich muss die Welt er kommt ich hatte Punkt dass sie nun zu lehren das 100 Prozent der Punkte 100 Prozent ist die 15 Prozent wenn es keine Zeitpunkt ist egal dann lach ich mich kaputt ich weiß nicht mal was sie passiert jetzt haben die Finsen der Schocker Plan wenn ich runterfalle mehr dann bekommt er gesehen als welcher wenn die sich schon mal ich sie schon mal das Ende jetzt ist es auch ja da ist es da ist es Ende komm schon fahr jetzt nicht mach jetzt nicht diesen oh ich fahr runter ich war so an der Seite Digga nein der hat Raketen nein kurz vor dem Sprung ah ist das schön du Glückspilz Digga vorm Sprung holt er mich ey kein Speed die Hermann wird etwas abgebremsen muss im Grundnuss auf nicht hoch das was mit stunning Gott Listia und klärfre rassado Braut weiter geht weiter vivo uns gerade fahren wieder hoch mein Gott hab ich Angst Digger ich hab sie es um die Kante wo ich gegen die Schaffung das gar keine Kante neben dem Bogen und dann war es ein Backdigger ich bin wohlfänger weg mehr und ich hab dich auf die Fälle jetzt komm schon komm schon der die Map ist aber auch schon riesig Digger und zu ihr wollt mich doch aufs Leben auch ich fach natürlich kann ich gegen Digger ich habe überlegt euch jetzt bieten mitnehmen oder nicht aber da habe ich gedacht nene lieber nicht alter und wurde es gesehen abgebremst das ist unfair ja denkst du du kannst mich abknallen mich Larry Penta Larry de Bender es war Rackete mitnehmen und dann benutzen wenn du bei mir bist Let's go ich werde jetzt alles fürs Schrei machen auch diese ein Punkt das Schrei holen aber nicht schon wieder ich weiß ja gerade nicht mal wo der Punkt ist auch hier vorne ich habe ihn drehe das Auto das Auto oh hält der jetzt nicht auf so ist das Auto nicht gedreht nein er ist schon weg du musst irgendwie verkacken ich habe verkackt beim Dranspringen doch nicht komm gib Gas komm alles fürs Schrei alles fürs Schrei alles fürs Schrei muss sein Digger ich bin oben ja man hat den Punkt abbremsen oder was nicht sogar die Wichser oh nein der war so schön Digger das war so schön mit Speed das war alles so schön mit Speed was ist denn der Kip hab den Punkt respond ich bin so ich bin so lost ich bin so lost ich bin so lost das sagst du Digger Junge ich spawne schief Junge Junge warum hasst mich dieses Game warum hasst mich dieses Game um du kleine einundsechziger man muss sich erst ausrichten bevor ich fang das ist so traurig aber natürlich fällt meiner auf die Fresse dreh dich dreh dich dreh dich ich hab keine Raketen Autoreparierung was nochmal ich hab nur welche hier oh oh okay man werden endlich diese Spiralen dicker damit ich chillig fahren kann endlich mir ist gerade aufgefallen die Fake Punkte werden auf einmal nicht mehr angezeigt ne erst mal gucken alles auch fertig jetzt bin ich auf diesen gelben Teil und fahr jetzt hoch und dann wird es gerade dann wieder hoch glaube ich ja jetzt gerade jetzt wieder hoch ich fahre direkt ins Ziel ne nein das darfst du aber nicht ich hab'n ich hab'n Nitro und kein äh Rakete Digger was sind bei Geiern ja ich hab'n ich warte noch kurz vorm Ziel oh ich bin voll gegen so ne Wand geklappt nein Leon Leon nein du bist fast da bin ich nicht bin ich nicht ne natürlich ich hab's so easy 360 also Leute das war's doch schon mit dieser Folge von Aktiv mit Jaggy was möchtest du denn noch meinen Kollegen sagen äh geht der Online mit Jaggy was sag ich aktiv mit Jaggy Kanal abonnieren und 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 Joa find ich gut ne also Leute haut rein und